Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Ich erzähle euch etwas über den Sternenhimmel. Es gibt ein Königreich und dort herrscht momentan Unsicherheit und Ungerechtigkeiten. Der König machte auf den Weg und besucht gerade den Nachbarsland und hat viele wichtige Termine, Gespräche und Verhandlungen. Der Herrscher von diesem Land unterstützt den König und sie bringen alles in Ordnung. Aber zurück zum Königreich. Es ist viel los. Sie haben viele Gäste und Feier. Der Ehrengast ist der hübsche Prinz, ja. Und die Prinzessin ist verliebt. Sie ist aber so unsicher und sie weiß nicht, soll sie ihren Gefühlen zeigen, ja oder nein. Sie fragt ihre Mutter, die Königin, und sie antwortete, Oh, meine geliebte Tochter, ich glaube schon, dass er auch verliebt ist. Warte, bis er sich öffnet. Bleib zurückhaltend. Glaub mir, er wird nicht lange aushalten und bald kommt ein Nachricht von ihm. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susanna Medici